Im Einsatz haben wir auch zwei Unimocks, weil wir weite Strecken bis zu 70 Kilometer am Dach fahren müssen, auf der Straße mit verschiedenen Anhängern und Maschinen hintendran. Und danach geht es ins schwere Gelände, weil die Rhön sehr hügelig ist. Also ich bin der Volker Reichert, ich bin der Leiter der Baukolonne und arbeite beim Überlandwerk Rhön in Meldrichstadt. Die Besonderheit vom Überlandwerk ist praktisch die Versorgung von drei Bundesländern, Hessen, Bayern, Düringen. Unser Sitz ist aber in Bayern. Denn Aufgaben der Baukolonne, unsere Truppe praktisch, ist es 20 KV Freileitungen, Maste neu zu bauen, Leitungen neu zu bauen, defekte Holzmaste oder Maschenholzmaste auszuwechseln vor Ort. Dann legen wir auch 20.000 Volt Erdkabel, stellen Transformatorenstationen für die Versorgung der Ortschaften und verschiedene Baustellen auch auf Installationsbasis. Also eine Besonderheit an dem Unimog ist praktisch die X-Abstützung. Der Vorteil daran ist, dass wir ringsherum um das ganze Fahrzeug 360 Grad schwenken können mit einer Ausladung von 19 Metern. Der Kran hat sechs hydraulische Ausschübbe und ein manuelles Ausschubstück. So können wir auch an engen Stellen vorwärts reinfahren und Arbeiten vor dem Fahrzeug durchführen. Der Unimog ist unser Haupttransportfahrzeug. Im Winter natürlich haben wir auch noch einen Unimog mit einem Häcksler dran, mit einem Aufbau, wo das Häcksel gut reingeblasen wird. Dann werden praktisch die ganzen Leitungen freigeschnitten. Und das Ganze geht von Anfang November bis Ende Februar. Da sind wir mit dem Unimog im ganzen Versorgungsgebiet unterwegs und schneiden Leitungen frei. Der neue Unimog hat verschiedene Anbauteile. Die Frontwinde von Schlang und Reichert mit einem 120 Meter Seil. Die Aufbaufirma hat ringsherum Kästen montiert, da der Stauraum dann doch recht begrenzt war beim Unimog, wo wir verschiedene Schlüpfe, Ketten, Anschlagmittel drin lagern. Wichtig war uns die Reifendruck-Rechelanlage, wenn wir in feuchte Wiesen oder auf Äcker rauffahren, dass wir keinen so großen Flurschaden machen. Sie hat sich auch schon sehr bewährt. Wir haben zwei Unimogs, einen mit einem Kranaufbau und Frontseilwinde. Und der andere Unimog hat eine Britsche mit dem Häckselaufbau und einer Rahmenseilwinde. Der wird meistens als Zugfahrzeug für die Minibagger eingesetzt. Aber auch als Zugfahrzeug für Notstromaggregate. Wenn mal irgendwo der Strom ausgefallen ist.